Hallo liebe Wanderfreunde, bevor ihr jetzt das Video genießen könnt, wünschen wir euch einen schönen dritten Advent. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der dritten Etappe des Panoramawegs St. Wendler Land unterwegs. Die Strecke führt von Ostersee bis nach Nonnweiler. Die Wanderung hat etwa 25 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Strecke so ist, dann bleibt dran. Die Strecke 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 Musik Musik Hallo, wir sind auch schon am Ende der dritten Etappe. Heute Abend sind wir in der Park Schenke Simon. Da freuen wir uns schon richtig drauf, denn was Gutes zu essen scheint es dort auch zu geben. Highlights der Tour sind der Brusthalsee, die Prümpstalsperre und auch der Kältenring in Orzenhausen. Wie hat uns die Tour gefallen? Ja, viel Asphalt ist dabei. Man muss halt auch bedenken, dass auch die Highlights ein bisschen überlaufend sind, besonders an den Wochenenden. Aber im Großen und Ganzen war sie deutlich angenehmer zu gehen wie die gestern, weil der Asphaltanteil wesentlich geringer war. Von der Warte aus gesehen wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Wir finden uns über einen Daumen hoch, über ein Abo und auch über Kommentare sehr freuen. Ciao! Ciao! Das war's. Musik 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 Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Wie hat uns die Tour gefallen? Sie hat uns sehr gut gefallen, auch wenn wieder viel Asphalt dabei gewesen war, aber dafür waren die Landschaften wieder richtig gut. Das ein oder andere Panorama hatten wir auch. Highlights dieser Tour war der Boden, Bodensee. Oh nek. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Wie hat uns die Tour gefallen? Sie war richtig gut, auch wenn wieder viel Asphalt da war. Aber die Landschaft hat es wieder wett gemacht. Highlights dieser Tour, ich habe zu viel Paus geholt. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir am Ziel. Heute geht es zur Park Schenke Simmon. Wir sind gespannt, wie die so sind. Highlights dieser Tour? Mhm. So gar? Ne. Jo, willst du? Ich grins nicht hin. Ich gucke. Beim Licht, du bist doch wahrscheinlich so dunkel. Ist besser. Komm mal. Ich sehe nichts mehr. Nichts? Hm? Ich bin zu lang geschwitzt. Ja. Ja, das wird auch textproduziert. Hallo. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon an der Park Schenke Simmon. Dort übernachten wir heute. Highlights dieser Tour waren der Bostalsee, die Primstalsperre in Neuenweiler und auch der Keltenring in Otzenhausen. Leider muss man beim Keltenring, Bostalsee und Primstalsperre sagen, die sind ziemlich an Feiertagen, Sonnentagen ziemlich überlaufen. Also von der Seite aus macht es halt wirklich mehr Laune an diesen Sehenswürdigkeiten. Was fange ich an wie du? Ich habe mich verhüttelt. Ich habe mich verhüttelt. Nein. Du verhüttelst dich noch viel mehr. Ich hätte es mit dem Überlaufen solle weglassen. Hallo. Jetzt fange ich an wie du. Ich habe mich verhüttelt.